Das war nicht so ein gutes Start-Setup, aber mal schauen, was wir draus machen, wenn er oft verlängert. Ja, so zum Beispiel. Natürlich noch mit einer Connection dabei. Okay, orange ist raus und dadurch auch grüne Banane. Blaue Banane auch direkt raus. Ja, und auch der grüne Afe, guter Spin, holy shit. Ja, der ist stark. Ganz schön viele von den grünen. Und zwei Spins Verlängerung, das war doch mal drei Spins Verlängerung. Das war doch mal der perfekte Spin, holy shit. Richtig, richtig gut. Oh, jetzt aber nicht alle direkt verbrauchen, endlich. Die Lila auch mit dabei. Grüne auch mit am Stern, die Banane. Und oranges Äpfchen ist auch motiviert. Und extra Spin, so muss es doch sein. Leider einem vom Top-Symbol zu wenig. Aber wie hart wir aufgeholt haben. Let's go, wieder zurück auf 8 Spins. Schlecht sind meist die Besten, ich vertraue. Der hat auf jeden Fall gut aufgeholt. Trotz schlechtes Start-Setup. 31 Mal schon zusammen. Bleibt auch hoffentlich nicht dabei. Kein 31er. Aber der ist so motiviert, der Orangene. Jetzt schon 16er Multi. Ich glaube, wenn es einer wird heute, dann er. Wenn es einer wird, dann er. Der holt uns den Big Win. Okay, sehr gut. Kriegen wir noch die blauen irgendwie? Blauen Bananen auch bekommen. Oh ja, okay. Und Top-Symbol. Was für ein geiler Spin schon wieder. Noch Chance auf lila oder extra Spin? Ein lila noch zu wenig. Wieder stabiler Win, aber. Come on, Scatter rein. Wir brauchen die extra Spins. Wichtig. Okay, aber richtig gute Multi schon auf den Affen. Oh, Orange. Orange. Sehr gut. Mit X16. Lila auch noch. Oh, die Grünen. Da fehlt noch einer bislang. Oh, sehr gut. Macht ein Dreier-Stack. Wie wichtig ist das? Holy Shit. Geiler Spin. Richtig wilder Spin. Der hört immer noch nicht auf. Orange ist noch mit dabei. Oh, Digga. Orange ist Max Multi. Ein blauer noch ist der auch, Max. Was ist das für ein Spin? Der hört gar nicht auf. Holy Shit. Digga. Was war das für ein Spin? Die haben zwei auf Max. Was für ein geiler Bonus. Wenn er so läuft, macht das Spiel Ultra Spaß. Boah. Junge, 113. Überhaupt nicht mitbekommen nach den ganzen Connections. 300x schon. Come on. Dranbleiben. Extra Spin wichtig. Wir haben Max Multi auf Orange. Letzte Chance. Doch nicht. Extra Spin. Endlich mal wieder was connected. Oh, ein Spin. Grün würde auch gehen. Orange oder grün. Oh, schade. Aber ey, was für ein geiler Bonus. Warum hat er so plötzlich aufgehört? Es ist schade. 152, 75, aber trotzdem extrem gut. Und natürlich Punkte. Auf der Suche nach den besten und neuesten Bonusangeboten? Auf Slotologe.com findest du die perfekte Auswahl. Bonus mit PaySafeCard? Non-Sticky oder 200% Boni? Mit den Filtern und einem Review zu jedem Casino findest du das perfekte Angebot für dich. Alle Casinos sind zuverlässig und vom Slotologen geprüft. Slotologe.com Slotologe.com